auf meinem kanal mein name ist meko und wir spielen heute wieder das wunderschöne spiel fable so ich werde natürlich nicht meine schwester opfern letzte folge müssen uns entscheiden schwert behalten schwester töten noch stärker werden oder schwer wegwerfen sie hingehören immer verloren zeit herauszufinden wo ich hingehöre hierhin mit sicherheit nicht hierhin gehört mit sicherheit nicht wie nett ihr habt den status legendär erreicht der held hatte über messer jack triumphiert und sich der dunklen machte schwertes entzogen als er hinaus ins tageslicht hat rief die menge jubelnd seine namen er war eine lebende legende nach und nach erholten sich die gilde und deren leute mauern wurden neu errichtet die ordnung wieder hergestellt für theresa würde es nicht so einfach werden sie zog sich in ein fernes land zurück um dort die wunden ihres lebens zu heilen ein ganzes jahr war vergangen jack war fort und langsam kehrte wieder frieden in albion ein und endlich konnte sich der größte aller helden einmal ausruhen auch wenn es nicht so gut ist es tut mir leid zu stören aber wir erhalten nachricht von schnitter einem unserer ältesten helden er verließ die gilde richtung nördlicher einöde aber jetzt es wäre gut wenn ihr zum großtaten podium vor der gilde kommen und es euch selbst ansehen würdet ok das machen wir sucht in der gilde nach weiteren quests ja